Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns die Vector Candles an. Warum die Vector Candles? Einerseits, weil sie seit Monaten in meine Analyse mit reinspielen, beziehungsweise wir sie immer wieder nutzen und es sich doch des Öfteren schon gewünscht wurde, dass wir uns eben diese mal angucken. Und das Zweite, weil ich oft danach gefragt werde, hey Manu, wie funktioniert das? Was sind überhaupt diese Farben, die da im Endeffekt verwendet werden? Das schauen wir uns im heutigen Video an. Und wenn ihr darauf Bock habt, lasst unten gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und lasst gerne einen Kommentar unten drin, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder wie ihr generell solche Formate findet. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal direkt an so mit den Basics. Also im Endeffekt, den Indikator könnt ihr euch, so viel ich weiß, nur mit der Pro-Version auf TradingView holen, also mit der im Endeffekt günstigsten, kostenpflichtigsten Version bei TradingView. Aber was ihr dafür im Endeffekt nur machen müsst, ihr gebt ganz oben in der Suchliste dann Indikator-Strategie hinzufügen und dann könnt ihr euch im Endeffekt den Traders Reality hier free reinzoomen bzw. reinhauen in euer Setup. Noch zu Anfang, ich nutze nicht nur ausschließlich das. Es gilt natürlich auch, wenn wir jetzt rasante Abverkäufe haben, News spielen da natürlich auch mit. Was da noch mit dazu spielt, ihr kennt meine Indikatoren, Pivot, SMAs, EMA Ribbon, sollte man trotzdem zusätzlich haben. Für mich dient dieser Indikator einfach nur, um eine gewisse Richtung festlegen zu können bzw. wo sind im Endeffekt die Market Maker, also die großen Fische mit dem sehr, sehr viel Volumen und mit der sehr, sehr vielen Kohle, die wir nicht haben, im Endeffekt aktiv. Und deswegen als Zusatz, ich nutze es nicht nur als kleiner Reminder nochmal, sondern wir versuchen das in die Analyse im Endeffekt mit aufzubauen. Der erste Schritt, sag ich mal, den ich jetzt gemacht habe, einfach um es ein bisschen leichter darzustellen, sind die Kerzenfarben abzuändern. Das heißt, wir ändern ganz normal beim Layout im Endeffekt bei den Einstellungen die Kerzenfarben alle auf Grau oder auf Weiß, je nachdem, Hauptsache man kann es unterscheiden, weil so kommt im Endeffekt der Indikator deutlich, deutlich stärker zu spüren bzw. deutlich mehr zur Geltung. Und zwar gibt es verschiedene Sachen. Also wir haben einerseits die grünen Candles, die kennt ihr ja wahrscheinlich schon aus meinen Videos, die wir immer wieder nutzen, das sind die sogenannten Vector Candles mit mindestens 200% mehr Volumen als die vorherige. Das heißt, hier sind die Market Maker meistens schon in die Position rein und da sollten wir normalerweise nicht direkt long gehen. Also es ist eine klare Empfehlung, sobald wir so eine Candle sehen, nicht einfach hinterher springen, aber das ist ja sowieso das, was ich euch immer wieder sage. Theoretisch haben wir dann hier dazwischen immer ein Void bzw. eine Ineffizienz, das kennt ihr ja auch schon auf meinem Kanal, kann ich aber auch gerne auch nochmal ein Video dazu machen, wenn ihr es wollt, unten gerne in die Kommentare rein. Genau, 200% mehr Volumen, das heißt die Market Maker sind hier aktiv geworden und haben den Kurs ordentlich nach oben gefischt. So, was wir uns jetzt aber überlegen müssen, solche Candles werden normalerweise früher oder später und da gibt es so eine kleine Zellmarke, umso niedriger der Timeframe, desto eher werden diese Vector Candles auch gefüllt. Kann man sich merken, wir sind jetzt hier gerade auf dem 15 Minuten Chart aktiv und ihr kennt es wahrscheinlich jetzt aus den letzten Videos, da haben wir schon drüber gesprochen, nicht nur auf dem 15 Minuten, auch auf dem 1 Stunden Chart haben wir eben diese Vector Candle, weshalb wir das natürlich auch in die technische Analyse mit einbauen und immer noch davon ausgehen, die 16.400, 16.500 werden geholt, weil hier eben eine Menge Liquidität liegt, durch Market Maker, aber auch die Stop Losses der normalen Trader, die hier im Endeffekt dem Kurs hinterher springen. Und das wollen wir uns ja im Endeffekt zu Nutzen machen. So, jetzt gibt es das Zweite. Jetzt seht ihr hier, ich hoffe man sieht es ganz gut, diese lila Nick Handle, beziehungsweise man kann sie auch pink nennen, pink, lila, wisst auf jeden Fall, was ich meine. Dadurch wird im Endeffekt gezeigt, okay, das Volumen ist im Endeffekt fallend mit 150%, also das heißt 150% weniger Volumen. Und das ist so der erste Turnaround-Bereich, wo man schon überlegen kann, okay, gehen die Market Maker hier eventuell short. Ist alles noch nicht so schlimm, wichtig sind aber im Endeffekt diese roten Candles und das heißt 200% ist das Volumen gefallen. Und das sind eher die Indikatoren dafür, dass Market Maker sich auf den kleineren Timeframes eine Position aufbauen, weil im Endeffekt will der Market Maker ja, wenn er sieht, okay, so eine Candle, will er dann im Endeffekt auch die bestmögliche Position erfahren. Heißt, die Leute gehen hier long, während andere wiederum short gehen. Jetzt habe ich euch aber dazu gesagt, okay, wir haben hier noch diese Vektor-Candles, sollten wir natürlich nicht außer Acht lassen, trotzdem, ihr seht danach die Candles, passiert wieder nichts einfach. Wir haben uns diesen Vektor, beziehungsweise auch dieses Void oder die Ineffizienz bisher noch nicht geholt. Deswegen muss man hier immer ein bisschen aufpassen, 1-Stunden-Chart, 15-Minuten-Chart, das ist jetzt wirklich nur der 15-Minuten-Chart, wo man hier im Endeffekt drauf aufpassen sollte. Was interessant ist, ist dann im Endeffekt hier, wenn wir eine grüne und danach eine pinke haben, das ist dann eher so ein Zeichen, okay, Market Maker sind auf jeden Fall short gegangen in diesem Bereich und dann sieht man auch im Endeffekt, man versucht immer wieder, auch auf dem 15-Minuten-Time-Frame seht ihr im Endeffekt hier dieses lila, immer wieder diese Range wieder reinzukriegen. Das heißt, der Kurs sollte nicht zu weit ausbrechen, weil dann versucht wird, okay, man will wieder in diese Range rein, hier ist auf dem 15-Minuten-Chart und versucht dann hier durch diese rote Vektor-Candle im Endeffekt wieder long zu gehen. Was ich natürlich jetzt vor allem Anfängern, die jetzt dieses Video eventuell sehen, nicht empfehlen würde, auf dem 15-Minuten-Time-Frame zu traden. Das auf keinen Fall, also das ist wirklich schon, ich sage jetzt mal hohe Kunst, auch ich gehe wenig in den 15-Minuten-Time-Frame, eher um mir mögliche Long-Positionen aufzubauen und dafür eignet sich der Indikator relativ gut. Man kann es ja auch jetzt hier im Endeffekt sehen, wo wir jetzt unseren krassen Abverkauf hatten, bis 15.400 US-Dollar. Rote Candle und dann sehen wir diese 150%-Candle nochmal, die nochmal zusätzlich dazu kam, diese pinke. Und dann hat sich der Kurs so langsam gedreht. Und meiner Erfahrung jetzt nach, das ist jetzt kein, das habe ich jetzt im Endeffekt einfach mal festgestellt, sollte man hier immer ein bisschen so 2-4% auf jeden Fall nach unten hin einplanen. Aber das ist absolut im Rahmen, das kennt ihr ja auch von dem Indikator 200, der SMA, den wir auf dem 4-Stunden-Chart immer sehr extrem nehmen, dass wir da immer diese 3-4% auf jeden Fall einplanen. Und dafür lässt sich es meines Erachtens sehr, sehr gut einplanen. Wie gesagt, es wird dann immer versucht, wieder in die Range zu kommen. Und hier hat man im Endeffekt gesehen, okay, die Position wurde dann hier eröffnet, noch ein bisschen gestruggelt, keine Aktivität mehr. Und so langsam kamen dann hier auch diese grünen Vector Candles rein. Und seitdem hält dieser Trend. So, und dann hatten wir eben im Endeffekt das erste Zeichen. Okay, hier kam die erste, pinke nach einer normalen, okay. Dann diese rote, die auch nochmal ein bisschen dramatisch ist. Und dann sehen wir eben, man hat diese dritte Vector Candle, wir hatten hier im Endeffekt eine, die zweite und die dritte. Und dann kam direkt darauf folgend nochmal eine pinke dazu, die den Kurs dann im Endeffekt gedreht hat. Hier wurden Short Orders eröffnet und wieder zurück in die Range. Und seitdem tut sich auf dem 15-Minuten-Timeframe erst einmal nichts. Jetzt schauen wir uns einfach mal den 1-Stunden-Timeframe an, wie es hier aussieht. Lädt kurz, dauert immer ein bisschen, bis der Indikator geladen hat. Da seht ihr, okay, wir haben diese zwei Vector Candles noch. Das ist der Grund, warum ich gesagt habe, die 16.000, 16.200 ist einfach noch so ein Bereich, der früher oder später geholt wurde. Und ich finde, auf dem 1-Stunden-Timeframe sieht man es nochmal deutlich besser. Hier diese lilane oder pinke, je nachdem, was man dazu sagt, Vector Candle, dann ist im Endeffekt der Kurs gedreht. Klar, weil der Market Maker seine tiefste Position hier im Endeffekt aufbauen will. Jetzt gibt es aber noch eine Farbe. Und das ist im Endeffekt die Blaue. Die Blaue ist dann nochmal mit 150% überragend, sage ich mal, also 150% Volumen übersteigend in der Kerze davor. Hat aber meines Erachtens nach die meisten Auswirkungen, wenn wir eine grüne und danach eine blaue sehen. Das heißt, eine Stopping-Volume-Kerze, weil das Volumen plötzlich deutlich, deutlich nach unten gedrückt wurde beziehungsweise die Kerze abrupt gestoppt wurde. Jetzt muss ich mal gucken, ob wir hier plötzlich etwas sehen. Hier haben wir zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Beispiel. Wir hatten eine grüne Vector Candle mit eben sehr, sehr viel Volumen, mit 200% Volumen, Anzeichen Retailer. Und ich glaube, da habe ich früher auch zugehört. Da haben wahrscheinlich viele dazugehört, wie gesagt, 1-Stunden-Timeframe, dass man einfach im Endeffekt der Kerze hinterher springt. Weil man denkt, okay, Kurs pumpt nach oben und deswegen versuchen wir jetzt im Endeffekt, den Kurs weiter nach oben zu pushen. So, und jetzt hatten wir im Endeffekt hier gleiches Spiel. Blaue Vector Candle heißt, sehr, sehr starkes Volumen wurde gestoppt hier von den Market Makern. Was sich an sich an dieser Kerze nicht ausmalen lässt. Aber man sieht, die nächsten 2 Stunden später ging es dann ordentlich nach unten. Jetzt erinnert ihr euch im Endeffekt. Rote Candle, Market Maker dann wiederum versuchen, sich den tiefsten Kurs zu greifen. Und schon ging die Gegenreaktion. Man muss natürlich jetzt echt sagen, das ist der 1-Stunden- oder 15-Minuten-Timeframe. Wer da aktiv ist, kann das, glaube ich, noch viel, viel mehr für sich nutzen. Da wir aber im Endeffekt meistens so 1-4 Stunden aktiv sind, halte ich momentan zumindest noch immer die Vector Candles für mich so im Auge, dass ich sage, okay, die werden früher oder später gefischt und versuche mir dann danach im Endeffekt den Long-Einstieg zu sichern. Das haben wir auch im Endeffekt vor kurzem immer wieder gesagt, ey, wir haben hier und hier noch eine Vector Candle. Die wird früher oder später gefischt, weil hier einfach sehr, sehr viel Volumen ist durch Retail, auch durch die Market Maker. Und das wird sich früher oder später, wie gesagt, umso kleiner der Time Frame ist, desto eher wird es gefischt. An sich ist dieser Indikator als Stütze absolut empfehlenswert. Also ich kann es jedem nur empfehlen, den sich einfach nochmal zusätzlich hier reinzuhauen. Und was auch noch interessant ist, es wird eine sogenannte Psi-Range, also Psi-High und Psi-Low immer sonntags gebildet, die im Endeffekt ziemlich gut die Richtung angibt, für möglicherweise für die kommende Woche. Da wird meistens so um den Sonntag rum, sage ich mal, immer eine Zeit lang drin getradet, bis sich dann im Endeffekt für eine Richtung entschieden wird. Und das sieht man hier im Endeffekt ganz gut. Letzte Woche wurde dann im Endeffekt dann auch hier erst einmal rot, ist alles noch okay, wir sind alles in der Range hier. Dann hatten wir hier schon so eine blaue Stopping-Volume-Kerze, das heißt, der Kurs sollte nicht mehr weiter nach oben gedrückt werden. Und dann Breakout nach unten, bestätigt das Breakout und dann eine krasse rote Candle und dann im Endeffekt ging es die ganze Woche nach unten. Klar, man kann jetzt nicht sagen, gut, das hat jetzt auch mit den News zu tun, aber es ist ein guter Indikator. Also kann ich es euch nur empfehlen, das einfach mal so in sich reinzutun. Das heißt, um das nochmal ein bisschen kurz zusammenzufassen, wir haben bei Grün 200 Volumen steigend zu vorherigen Kerzen, also nicht generell mehr Volumen als die letzten zwei Stunden oder so, sondern wirklich zur vorherigen Kerze. So, dann haben wir die blaue Candle, für mich immer dieses Stopping-Volume-Kendle im Endeffekt. Da heißt es dann, okay, das Volumen ist nochmal um 150% höher, aber es wurde massiv gestoppt zu dieser Zeit. Und da gilt es dann, Achtung zu haben, vor allem auf dem 15-Minuten-Timeframe dann, okay, blaue Stopping-Volume-Kendle, zwei bis drei, vier Prozent einfach mal ein bisschen nach oben hin Luft zu haben und es auch mal ein bisschen back zu testen. Also das ist jetzt nicht, dass ihr euch blind auf diesen Indikator vertrauen dürft, beziehungsweise auf die Vector-Candles, aber es gibt ja Börsen, ich mache jetzt keine Werbung hier für irgendeine Börse, aber es gibt Börsen, wo ihr zum Beispiel mit Demogeld testen könnt. Und dafür eignet sich das einfach mal, um sich seine Strategie ein bisschen, noch ein bisschen zu erweitern, kann man so ehrlich sagen. Wie gesagt, ihr kennt meine Strategie, ihr wisst, wie ich trade. Ich trade nach Void, Ineffizienz, EMA-Ribbon, Pivots, SMAs und dann eben, und nach Volumen natürlich, und dann eben diesen Traders-Reality, den man sehr, sehr gut in seine Analysen im Endeffekt mit einbauen kann und gucken kann, okay, kleinere Timeframes, sehr, sehr effektiv nach oben hin immer mal ein bisschen im Blick behalten, wo liegen die nächsten Vector-Candles, wo kann möglicherweise eine neue Long-Position im Endeffekt eröffnet werden und danach richtet sich das. Dann auch mal sonntags die Zwei-Range im Auge behalten und das einfach, wie gesagt, sich hier mit einbauen. Dann hatten wir noch die rote, das ist 200% fallendes Volumen. Meistens tippt es darauf hin, dass sich die Market Maker hier einen Einstieg suchen. Perfektes Beispiel, ihr kennt es noch, FTX, Pleite, war diese Woche 200% fallendes Volumen, danach kam gleich eine blaue Vector-Candle, Kurs etwa nach oben, dann nochmal ein bisschen runter, aber nicht unter dieses letzte Low hier im Endeffekt, also nicht viel zumindest und dann kam diese rasante Kerze und das ist dann eben dieser Moment, wo man sagen sollte, okay, man nimmt hier Profite, macht einen Stop-Loss-Entry, einfach wenn so eine Vector-Candle ist. Wenn ihr eine Vector-Candle seht, auf 15 Minuten oder 1 Stunde, würde ich relativ flott den Stop-Loss auf Entry setzen, weil es macht keinen Sinn, die Market Maker waren aktiv, warum sollen sie jetzt nochmal tiefer gehen und sich noch einen besseren Einstieg suchen. Also das ist so ein kleiner Richtwert, heißt rot, blau zum Beispiel, Einstieg suchen, mal ein bisschen backtesten, wie gesagt, auf einigen Börsen mit Demogeld. Wenn ihr dann eine grüne Vector-Candle seht, mit 200% Volumen, was soll da im Endeffekt noch kommen? Stop-Loss-Entry, erste Profite nehmen und dann sausen lassen, weil im Endeffekt hatten wir dann das gleiche Spiel hier, 150% fallendes Volumen, ausgestoppt und dann ging im Endeffekt die Achterbahnfahrt nach unten los. Wir sehen hier erst einmal keine Position mehr eröffnet, keine blaue Vector-Candle, dann hatten wir eben nochmal die rote und dann zweimal eben pink und da haben sich die Market Maker, und ihr habt es vorhin gesehen, auf dem 15-Minuten-Chart, wurde sich dann hier mit einer blauen nochmal im 15-Minuten-Chart abgesichert, heißt nochmal, bis hin das Verkaufsvolumen nochmal ein bisschen gestoppt und dann ging im Endeffekt jetzt erst einmal die Reise hoch und für mich auf den kleinen Timeframes sieht es das erste Mal so aus, wie gesagt, die 16.200 US-Dollar 1-Stunden-Vector-Candle und jetzt nochmal ein ganz kurzer Blick auf den 15-Minuten-Chart, um das wieder ein bisschen so ins Gedächtnis einfach zu bekommen, sieht man das hier ganz gut, okay, 16.500 bis 16.400 liegt die erste schöne 15 Minuten und da wurde im Endeffekt hier unten schon alles gefischt, aber auf dem 1-Stunden ist die noch offen, aber man kann sich hier meines Erachtens schon in dem Bereich der 16.600 schon mal leicht im Endeffekt hier einkaufen, sage ich jetzt einfach mal und das aber wirklich erst einmal testen. Jetzt gilt es dran, okay, Wochenende sowieso, Wochenende würde ich sowieso nicht dramatisch danach gehen, da fallen die Vector-Candles meistens sehr, sehr gering aus, aber unter der Woche sehr, sehr guter Indikator und was wir auch mal machen können, ist ganz kurz auf unser All-Time-High zu beziehen, wo wir bei 69k waren. Klar, man kann sagen, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber es interessiert uns einfach mal, okay, wie ist es denn da im Endeffekt gelaufen damals? Jetzt suchen wir mal ein bisschen ran, auch hier, schöne Stopping-Volume-Candle, keine Aktivität, wieder Stopping-Volume, diese blaue und im Endeffekt hatten wir dann unser All-Time-High und dann ging es nur noch bergab. Also schön hier im Endeffekt auch wieder, grüne Vector-Candle, die nächste dann pink, rot und dann ging es eigentlich nur noch runter und diese zwei vorher, diese zwei blauen haben wir im Endeffekt schon angedeutet, okay, so langsam hört es jetzt auf hier, Market-Maker ziehen, Schlussstrich und ziehen im Endeffekt den Kurs nach unten. Also es ist immer ganz schön, ein bisschen so auf die Vergangenheit zu werfen, aber wie gesagt, auch hier nochmal, sieht man eigentlich sehr, sehr schön in dieser Range, wo wir da oben waren, wo jeder sagt, es geht noch höher, auch meine Wenigkeit, aber dann immer hier, blauer Vector-Candle wurde gestoppt, wurde gestoppt, es ging wieder ein bisschen runter, man hat es versucht, hier immer wieder in diese Range hier wieder reinzubekommen, nachdem man immer versucht hat auszubrechen, zweimal blaues Stopping-Volume und schon ging es nach unten und das war eigentlich ein guter Indikator damals, ich habe ihn damals noch nicht gekannt, aber im Nachhinein lässt sich das immer easy sagen, aber das ist im Endeffekt so die Erklärung dazu. Wenn ihr wollt, dass wir uns, sage ich mal, noch ein bisschen näher darauf eingehen, einfach können wir da jederzeit gerne nochmal ein Video machen oder einfach mal ein bisschen mehr darüber sprechen. Ich hoffe, euch hat das Video zumindest einen Teil näher gebracht. Es ist ein bisschen viel, sage ich jetzt einfach mal, so für den Anfang, aber ich sage mal, Übung mit diesem Indikator macht es dann oder die Kombination. Es ist nicht der Wunder-Indikator, wo man sagen kann, ich bin jetzt ja Pro, ich mache jetzt hier nur noch Gewinne aufgrund dieser Vector-Candles. Das will ich nicht mit diesem Video aussagen. Es geht einfach darum, diesen Indikator zusätzlich zu verwenden zu seiner eigenen Analyse und es auch im Endeffekt mit Take Profits oder mit Stop Loss oder mit Entries ein bisschen abzudecken. Natürlich, ihr könnt dann jederzeit die Farben auch wieder von den Candles ändern, werde ich jetzt auch nach dem Video wieder, aber um sich das einfach mal so bildlich vorzustellen, habe ich das jetzt einfach mal grau gemacht, da sieht man es einfach einfacher, als wenn die Candles trotzdem noch grün und rot sind. Genau. Also, wenn ihr euch den Indikator holen wollt, wie gesagt, ist for free, könnt ihr euch bei Trading für, wer die Pro-Version hat oder die Ultra-Pro, ich weiß gar nicht, was es noch für Möglichkeiten gibt, hat, könnt ihr euch das gerne angucken und den einfach mal ein bisschen backtesten. Wie gesagt, ich würde jetzt erst mal mit Demo-Geld oder das vielleicht mit in eure Analyse mit einbauen, um zu gucken, wie ich es ja gerade eben gesagt habe, Stop Loss, Entries und sowas ein bisschen abzuchecken. Und ansonsten bedanke ich mich für das Video. Ich werde auf jeden Fall nochmal so eine kleine Zusammenfassung in die Gruppe dann auf jeden Fall reinhauen, damit ihr das da auch nochmal bildlich habt beziehungsweise schriftlich auch, welche Farbe, welches Volumen beziehungsweise welche prozentuale Veränderung das bedeutet. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat, schreibt unten gerne einen Kommentar rein, für den Algo würde ich mich riesig darüber freuen. Und ansonsten hören wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Stay Crypto.